Herzlich Willkommen zum 41. Kurzvideo zu Windows Grundlagen Grundkompetenzen. Jetzt geht es um das Verändern der Lautstärke. Du kannst diese Lautstärke entweder auf deiner Tastatur verändern, wenn du schon vorhergebene Tasten hast, also Tastaturbelegung, oder machst das hier im Windows rechts unten, gehst hier auf dieses Lautsprechersymbol und verstellst dann je nachdem, wenn du hier links einen Wert suchst, dann wird es leiser, hier würde es lauter werden. Ja und das wäre es schon. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Kurzvideo. Bis zum nächsten Mal.